so weiß ich ob er jetzt schneller ist doch ein bisschen schneller ist er mal sehen ob ich genauso schnell zu schießen bin bisher geht es das wird immer anstrengender stufen ein endlich stufe 10 wie wir das geschafft haben können wir uns den besseren teleporter leisten ja endlich oh jetzt kommen da graue graue zombies kommen jetzt auch schon bitte was hat mich jetzt der oben erwischt oder was ist ok 500 1000 aber wir können uns jetzt gesundheit holen dann haben wir aber kein teleporter mehr wir müssen von stufe 1 wieder anfangen bis ok naja einfach ich finde es lustig dass man auf türen schießen muss zu zerstören übrigens normalerweise immer so türen blockieren mit ja keiner durchkommt und hier ist es sie gleich zu zerstören äh also aufzubrechen oder so also die türen zu erschießen sozusagen zu durchlöchern äh wir schießen mit einer persona auf eine tür und dadurch wird sie zerstören wobei sie aber im echten leben einfach nur durchlöchert wäre würde und wäre dann besser zu durchkommen und dann kommen die zombies ja eben besser durch sprich es würden eigentlich mehr zombies werden und hier ist genau der gegenteil durch das bisschen durch drauf schießen wird sie nicht durchlöchert sondern zerstört irgendwie lustig und da eben die gelben sind schon da das ist die rüste nicht auch mal kommen da habe ich jetzt glaube ich dreimal daneben geklickt bei dem einen grünen zombie schreibt mir doch mal eurer eiskost übrigens wie gut ihr seid vielleicht hier besser als ich ihr seid garantiert besser als ich habe ich gar nicht gesehen aber wieder ein grau wir sind hier auf ebene 10 ebene 11 also diese erhöhte tempo man merkt es nicht direkt dass er schneller läuft aber es gibt doch große auswirkungen das ist faszinierend ich sehe gar keine türen das ist ein ganz schneller mit zwei die man nur mit zwei schüssen töten kann hoffentlich kriegen wir bald ein besseres okay das wird langsam anstrengend nein da hat mich der zweite erwischt ok 871 sehr schön das reicht hier für nicht hierfür auch nicht hier für nicht nein nein ok wir kaufen uns dafür nein nein ok wir kaufen uns einen neuen stufe 10 teleporter kaufen einstellen die netze kann beginnen das gebetzel ist vorbei ja gut da können wir eh nur den hier kaufen ich habe den falschen erwischt nein nein das gibt es doch nicht ist stufe 10 netze schwer oder was kann es doch nicht sein so ok wieder tot kaufen irgendwie wird unser geld immer weniger statt mehr vielleicht sollte ich wieder bei stufe 5 anfangen das war jetzt knapp dass es kommt da plötzlich in auf 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 Nein. Ah, Mann. Mist. In dieser Ebene waren so viele Zombies, dass ich ganz die Tür da oben übersehen habe. Mist. Na gut, aber wir waren wieder sehr erfolgreich. Wir waren von 300 Gehirne, sind wir auf 700. Das darf ruhig gern so weitergehen. So, 600 Gehirne haben wir wieder. So, fahren wir noch in die Menge. Boah, Mann. Hier geht die, das ist unglaublich heftig. Hier geht auch langsam mal der Zeigefinger. Boah. Tausend. Nein. Ach, Mann. Da gönnt man sich einmal kurz eine Pause für die Hand und schon kommt da ein Zombie und Tüte dann. Okay, wir haben 1.000. Was machen wir jetzt? Okay, das kostet 4.000. Äh, 3.000. Mehr Leben. Das kostet 1.500. Ja, okay. Machen wir mehr Geschwindigkeit. Komm. Mehr Geschwindigkeit. So, dafür müssen wir jetzt wieder bei Stufe 1 anfangen. Aber da sind wir ja jetzt schneller durch. Wir haben ja jetzt mehr Geschwindigkeit. So, und wir holen uns jetzt die ganzen Gehirne wieder. Ich würde so gerne die Einrichtung demolieren wollen. Ich würde so gerne die Einrichtung demolieren wollen. Das coole ist, wir rennen den blauen jetzt tatsächlich davon. Das heißt, den grauen und den roten eigentlich auch, wenn sie in dieselbe Richtung laufen wie wir. Also die hier bräuchte ich gar nicht mehr angreifen eigentlich. Aber sie geben Punkte. Sie gebenuel Leute! Das ist so schnell. Das ist so schnell. Habe ich jetzt etwa vier, fünfmal daneben geklickt? Das gibt es doch nicht. Okay, 300, dafür können wir uns wieder so einkaufen. Jetzt fangen wir wieder bei Stufe 10 an. Mist, ich habe immer nur den Grauen getroffen und selbst den konnte ich nicht töten. So, wie sieht es jetzt aus? Ich klicke hier deine Türen. So, das war die einzige Tür. Gut, weiter. Da oben geht es die Tür. So, diese Tür. Puh, anstrengend. Bei den gelben müssen wir noch aufpassen, die können uns nicht verfliegen. Was hat uns eine von unten noch erwischt? Ich dachte, da wären wir durch. Ach Mist. Ok, verkackt. Vielen Dank.